Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt im Raum, Keiter, Jürgen, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Wagen, Sie meinen Befehl zu wiederfleißen! Oh, meint euch das also, Decker? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiteres ein Haufen niederzurechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreicht ein Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmall des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Glambe hält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur behigert! Es hat mich jeden nur... Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan, von daher alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich, der wollte ich! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!